Hey Internet und YouTube, zurück in meinem Dorf. Und ich sollte mir einen Waypoint setzen und das ist richtig. Und ich nenne ihn Untertanendorf. Untertanendorf. Das war Punkt 1. Punkt 2. Ich werde mich hier ein Bett bauen müssen. Seht euch die Tür an, sie ist total kaputt. Ja, ihr kommt etwas zu spät, aber... Zieh nicht die Wand an wie ein... Blair Witch, das macht mir... Ja, guten Tag. Wie bist du neu hier? Ich bin jetzt schon seit mehreren Tagen hier, ihr Idioten. Wartet für ein Bett. Was brauche ich denn? Ich brauche die, 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 die Wolle. Schafe. Verräter. Habt nicht reagiert, der Idiot. Oder Idiotin. Ich will hier niemanden diskriminieren. Ich brauche ein paar Schafe. Und Kühe. Nicht jetzt. Im Moment habe ich die Steaks. Oder Schweinefleisch. Na, verdammt. Ja, vielleicht hätte ich ein bisschen warten können, aber ist mir egal, okay? Ich tue, was mir gefällt. Wie die, wie die, wie die Wippe, es mir gefällt. Holleri, hollera. Ne? Ihr wisst schon, wie es weitergeht. Ich nehme mich nicht, deswegen habe ich aufgehört. Das war euer Glück. Okay, ein paar Schafe. Ich brauche ein bisschen Wolle. Wahrscheinlich habe ich Wolle eingesteckt. Wahrscheinlich in der Kiste drin und ich habe es übersehen. Und jetzt dreht ihr alle gerade durch. Ich sehe es doch schon. Ich höre euch doch. Ich höre euch bis hierher. Bis in meine Wohnung. Wo auch immer ihr wohnt gerade. Wahrscheinlich. Von irgendwo. Aber. Ich höre euch doch schreien. Wäre witzig, wenn ich jetzt jemanden im Haus schreien hören würde. Okay. Hallo. Ja, ich habe doch ein Mäh gehört. Hier ist das Mäh des Todes. Das war dein letztes Mäh. Wolinski. Wie viel brauche ich? Ich habe alles vergessen. Drei. Ich könnte mir auch eine Schere machen. Natürlich. Könnte ich. Drei. Das passt, oder? Und dann brauche ich... Was brauche ich noch? Holz. Eisenspitzsack. Eisen-Axt. Nehme ich das hier. Wurst. Bisschen Holz. Dankeschön. Und... Holz. So, ich hatte sogar... Es kann nie genügend Holz geben. Mein Schwert neigt sich auch dem Ende zu. Das ist super. Bleiben wir beim Bogen. Okay, dann stelle ich mir ein Bett bei Jeremy oder Julia. Oh, ich weiß es nicht. Julia wäre natürlich besser. Ich verwundere es, dass sie überhaupt keine Betten haben. Emotionale Beziehungen scheinen hier nicht sehr modern zu sein. Doch ich bin ja jetzt hier. Wenn ihr wisst, was ich damit meine. Und damit meine ich interagieren, Hände schütteln und einen Witz machen. Nichts anderes habe ich damit gemeint. Ich habe 10.000 Schaufeln. Damit muss ich noch mehr spannende Sachen abbauen. Es wurde geschrieben, wenn ich mehrere kleine Häuser baue, dann kommen automatisch mehr Leute. Das ist creepy. Ähm, interagieren? Das war nett von dir zu... Hallo. Okay. So, ich stelle mir hier ein Bett auf, okay? Ähm, zuerst mache ich mir ein Bett. Könntest du runtergehen von meinem? Danke. Das sind meine Sachen. So gut kennen wir uns auch nicht. Brauche ich die Bretter oder die... Jupp. Bett. Ich habe ein Bett. Okay. Damit ist die Sache geritzt, YouTube. Gott sei Dank. Wenn ich jetzt draufgehe. Das ist mein Bett. Okay. Ich kann nur nachts schlafen. Das macht gar nichts. Was brutzle ich denn hier Schönes? Ich glaube, ich habe die Eisendinger. Ja, genau, genau. Klingeling, mein Freund. Klingeling. Werkbank. Das habe ich. Okay. Weiter schaufeln. Ich muss weiterarbeiten. Habt ihr die Tür repariert? Finde ich super. Hey, was geht ab? Hey, hey. Yo, yo, man. Selbst in der Wüste ist mir noch cool drauf. Yo, man. Was geht ab? Yo. Nichts geht ab. Yo, Zombies töten. So, man. Hey. Business as usual, you know. Zombies töten. Zombies töten. Creepers davonlaufen. Immer das selbe Spiel. Immer die gleiche Arbeit. Sand abbauen. Ich kann euch leider nicht dafür beauftragen. Das wäre super. Baut 10.000 Sanddinger für mich ab. Aber was getan werden muss, muss getan werden. Muss. Ich wollte es nur nochmal wiederholen in einem Satz. Denn das doppelt hält besser. Okay, wir gehen hier. Ja, genau. Da piksen wir uns. Nee. Es muss gebaut werden. Wie groß soll ich denn? Oh, ich brauche so viel Sand. Nicht zu groß, oder? Nicht zu groß. Aber auch nicht zu klein. Bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall werde ich hier noch ganz schön viel abbauen. Für die Mauer. Das muss sein. Das wollte ich nicht. Aus designtechnischen Gründen. Kann ich hier nicht... Oh mein Gott. Kann ich die Schaufliege verzaubert und dann kommen 20.000 Sandglöcke auf einmal, bei mal buddeln. Das wäre super. Naja, ohne Fleiß kein Preis und ohne Fleiß keine Mauer. Keine Schutzvorrichtung. Ich sollte es nicht zu groß machen, weil sonst werde ich nie fertig. Nie. Never. Ever. Und Julia wird schon längst verheiratet sein, bis ich fertig bin. Kinder bekommen haben und dann will ich sie ohnehin nicht mehr. Das stimmt natürlich nicht. Ich spüre da ein besonderes Band zwischen Julia und mir. Ja, aber hallo Maus. Schön, dass du dich wieder zu Wort meldest. Habe ich dich nicht 10.000 Mal schon deinstalliert und neu installiert? Vielleicht steht die Maus drauf. Keine Ahnung. Finde ich zwar ein bisschen ekelhaft, aber... Jeder hat seinen Fetisch. Auch eine Maus. Eine PC-Maus. Gib mir die neuen Treiber, Baby. Gib mir die neuen Treiber. Ich brauche sie. Oh Gott. Oh Gott. Das sind die guten Treiber. Das sind die gleichen Treiber, die ich dir schon 20 Mal... Das ist egal. Das sind die Besten. Komm. Installiere mich nochmal. Das ist krank, YouTube. Warum habt ihr immer solche komischen Gedanken? Ja, ja. Ist so gut. Die Maus ist wie immer ein Pokémon. Aber irgendwas ist ja immer. Mikro ist irgendwas. Das ist wunderbar. Warum sollte denn noch alles einfach so funktionieren, hm? Kann man das jemand sagen? Naja, viel zu einfach, wenn alles einfach wäre. Ich glaube, das stammt von Konfuzius. Wäre alles viel zu einfach, wenn es zu einfach wäre. Ja, das sind die Weisheiten. Hier wird noch was gelernt, YouTube. Auf dem Kanal. Halleluja. Ich will dann solche Arbeiten, bis es Nacht wird. Und dann gehe ich zu Julia. Und dann lege ich mich hin. Total müde. Im Übrigen, ich bin der Einzige mit einem Bad. Das ist dir völlig wurscht. Wo sind die alle hin? Büxen die etwa aus? Das wäre ja was. Stehlen sich alle davon, während ich hier arbeite. Keiner ist mehr da. What the hell? Oh Gott. Da ist jemand ins Dynamite gelaufen. TNT. TNT. Dynamite. Oh Gott. War das ein Dorfbewohner? War das eine Kuh? Ja. Oh mein Gott. Jemand ist ins... Wer war denn das? Oh, ist mein Feind. Ähm. Da unten ist auch eine sexy Höhle. Habt ihr das gehört? Wunderschöner Sound. Ja gut, dieses Blingeling ist mir jetzt Wurst. Das war eine gute Falle von mir. Das war nämlich absichtlich. Jeder, der was anderes behauptet, lügt. Hier, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Okay, perfekt. Noch ein bisschen. Du sch... 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 Dab Maus. Stört mich... Oh, ungemein. Aber hier kann ich... Oh, das ist eine gute Fläche mittlerweile. For the castle of the master. The master castle. Langsam wird's nachts. Ich kann mich bald zu Juli ins Bett legen. Oder Juli hat's mir. Ich bin mir noch nicht sicher. Man kann sich hier abwechseln. Und das Ganze ist nur rein platonisch, meinst du? Ich weiß nicht, das ist YouTube. Es geht nicht immer nur um das eine. Es geht auch manchmal um das andere. So. Lasst mich hier mal... ...kurz das Werk vollenden. Ich hab zwar noch nichts angefangen, was ich vollenden kann, aber... Oh, ich bin fleißig. Ich bin so fleißig. Ich brauche ganz viel Sandstein. Ich sollte mir mal eine Linie bauen, oder? Damit ich ungefähr weiß, in welchem... ...umfang ich das Ganze mache. Okay, ihr seid hier? Bereit um zu spielen? Gut. Dann geh ich schlafen. Tschüss. Julia! Zusammen, der ist'n fertig. Mach keinen Kampf. Doch, ich... Ich hab's dir... Gott! What? Ich hab' ihn gewarnt! Ich hab' ihn gewarnt! Komm schon! Wo sind die Wachen, wenn man sie mal braucht? Und auf den... Oh, okay. Tschüss. Kämpfe! Oh, der schläft. Der schläft. Hier klopfen Zombies an die Tür. Ihr macht das wieder kaputt. Und der schläft noch immer. Und der schläft noch immer. Headshot. Jetzt. Hast du jetzt Panik? Ja, sag' einmal. Ja, ich beschütze euch. Keine Panik. Ich bin euer Master. Und ich hab' keine Pfeile mehr. Und auf 34. Dankeschön. Schläfst du wieder? Was sagst du jetzt? Herz 29. Was hat genervt? Ja, das glaub' ich. Das wären Zombies hier. Das war sehr unhy... Ich hab' dir das Leben gerettet! Was ist das? Blut! Blut von den Zombies! Holy moly! Was für viele Texte! Was? Eine gute Nachtgeschichte! So, jetzt bin ich eindeutig hier angekommen. Okay, lasst mich... Ja, brennt in der... Mach die Tür zu, damit die Zombies nicht reinkommen. Das wär' ich... Echt süß von dir. Ihr könnt' mir das ruhig aufheben, dann. Das Blingeling. Äh, was? Sandstein, Sandstein. Ah, okay. Okay, Sandstein. Upsi, Sand. Sand, Sand, Sand. Okay, und alles Sandstein. Wunderbar. Mehr. Mehr, mehr, mehr. Shut up! Okay. Schlafen. Es ist alles gespeichert. Ich hab' nen Wegpunkt. Oh, danke. Blingling. Ich hab' ein bisschen... Ding, ich werd' dann hier... Bist du neu hier? Jeremy, ich schlaf' in deinem Haus. Was glaubst du? Wo ist Julia? Julia! Ashton. Warte, hell. Vielleicht hieß sie gar nicht Julia und ich hab' mir das alles eingebildet und ich red' von irgendeinem Julia. Sie ist weg. Vielleicht ist sie tot. Ich hab' dich noch nie... Doch. Jetzt reicht's dann aber. Ihr habt so'n schlechtes Erinnerungsvermögen. Es kotzt mich dermaßen an. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.